Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem neuen Video. Heute möchte ich dir erzählen, wie du ein kostenloses Gespräch mit mir führen kannst, wie du zu meinen Beratungen generell kommen kannst und was meine Beratung ausmacht, was ich anbiete. Ich beginne jetzt gleich mal damit dir zu erklären, was ich so anbiete in meinen Beratungen. Dann werde ich dir, wie gesagt, erklären, wie du generell zu meinen Beratungen kommen kannst und natürlich, wie du das Gratisgespräch nutzen kannst. Erstens bin ich ein Engelmedium. Ich bin seit meiner Kindheit hellsichtig. Ich bin geboren als Engelmedium. Ich habe immer sehr viel Gebete geführt mit Gott, mit den Engeln, mit Jesus Christus und stehe in sehr, sehr enger Verbindung zu den himmlischen Wesen. Das heißt, echte Lebenshilfe, klare Antworten auf alle deine Fragen. Beruf, Finanzen, Gesundheit, Spiritualität, familiäre Themen, egal zu welchen Themen, auch immer, ich werde dir Antworten geben, beziehungsweise natürlich werden die Engel und Jesus Christus, die göttlichen Wesen, die himmlischen Helfer, dir die Antworten für deine Zukunft geben. Zusätzlich baue ich noch Jenseitskontakte auf. Also wenn du das Bedürfnis hast, mit lieben Verstorbenen zu kommunizieren, kannst du dich natürlich auch jederzeit an mich wenden. In jeder Beratung löse ich für dich auch sehr, sehr gerne Blockaden auf. Ich mache Blockadenauflösungen, Karma-Ablösungen, Karma-Bereinigungen und so weiter. Also zahlreiche Möglichkeiten, die du in der Beratung gerne nutzen kannst. Also ich helfe dir in jedem Lebensbereich gerne weiter. Die Engel bewerten dich nicht. Du kannst also mit jedem Thema kommen. Es gibt keine zu kleinen Themen und es gibt keine zu großen Themen. Wenn dir etwas wichtig ist und wenn dir irgendwo der Schuh drückt, dann ist es auch den Engeln wichtig und somit natürlich auch mir. Ich nehme dich da an, wo du stehst im Leben und ich werde dir ehrlich und klar antworten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich bin versucht, immer sehr liebevoll zu sein, so wie die Engel das brauchen und ich werde dir die Dinge sagen, wie die Engel sie dir sagen. Unfiltriert und klar. Ehrlichkeit hat für mich oberstes Gebot in der Beratung. Das heißt, das, was ich sehe, das, was die Engel sagen, gebe ich dir so weiter. Wenn etwas nicht erreichbar ist, werde ich es dir auch sagen. Sehr klar und deutlich. Denn das ist wichtig. Denn dir hilft nur die Wahrheit. Wenn du ein Ziel hast, sagen wir mal, du möchtest mit einem bestimmten Partner zusammenkommen, suchst einen neuen Partner oder hast beruflich neue Ziele, dann werde ich dir natürlich auch sagen, erstens ist es möglich, mit der Person zusammenzukommen, den neuen Partner anzuziehen oder das neue berufliche Ziel zu erreichen oder die gesundheitliche Heilung zu erreichen. Und wenn die Engel dir sagen, dass Dinge erreichbar sind, dann werden sie dir auch die Wege dahin zeigen. Das heißt, ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir die Wege. Wie kommst du zu deinen höchsten Zielen? Wie kannst du deine Potenziale und deine großartigen Ziele erreichen? Wie kannst du deine Herzenswünsche erfüllen? Das alles kannst du in einem persönlichen Gespräch, in einem persönlichen Beratungsgespräch klären und natürlich noch vieles mehr. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du zu einem Beratungsgespräch kommen kannst. Wie gesagt, unter anderem biete ich auch ein kostenloses Erstgespräch an. Deine Zukunftsprognose, einfach deine Engelbotschaft ab. Aber du kannst natürlich auch ohne Frage kommen und sagen, ich möchte einfach nur eine Engelbotschaft ab. Das ist möglich. Dein Jenseitskontakt, was auch immer du möchtest, werde ich dir gemeinsam mit der geistigen Welt beantworten, wie du zur Beratung kommst. Der erste Weg ist der Weg zum Gratisgespräch, den ich dir nun erklären möchte. Und auch der Weg, der Weg zu einem, wie du spontan mich jederzeit erreichen kannst. Erstens bin ich jeden Tag erreichbar, von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr erreichst du mich immer. Wenn ich mal nicht online bin, kannst du über diesen Weg, wo du auch das Gratisgespräch holst, nämlich über Expert Bill, so heißt das System, kannst du dich auch in eine Warteschleife stellen, um das Gespräch mit mir abzuholen. Bei Expert Bill, wie gesagt, erstes Gespräch kostenfrei. Auch wenn du schon mal ein Gespräch über einen der anderen Wege mit mir geführt hast, bekommst du über Expert Bill mit mir ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu befindet sich natürlich hier im Beschreibungstext. Also wie du zu deinem Expert Bill, zu deinem Erstgespräch, zu deinem kostenfreien Erstgespräch mit mir kommst. Da musst du dich einmal registrieren über den Link und dann ist dein erstes Gespräch zehn Minuten lang kostenfrei. Das Gespräch endet dann nach zehn Minuten und wir haben dann in Ruhe zehn Minuten Zeit, um ein oder zwei Fragen für dich zu klären. Natürlich kannst du mich jederzeit über Expert Bill auch kostenpflichtig erreichen. Auch das ist wichtig zu wissen. Der zweite Weg ist die Terminberatung. Über den Link im Beschreibungstext kommst du zur spirituellen Lebensberatung, kannst du sagen, ich vereinbare einen Termin. Der Termin, da kannst du 15 Minuten mit mir buchen, du kannst 20 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten mit mir buchen, je nachdem, wie viel Gesprächsbedarf du hast. In diesen Gesprächen werde ich gerne alles mit dir klären, alles mit dir bearbeiten, wo dir der Schuh drückt. Toll ist natürlich, wenn du das möchtest, können wir uns gemeinsam auch so einen Termin auch schon vorbereiten. Das heißt, du kannst mir vorab auch schon mal Fragen schicken, dann kann ich mich auf so eine Terminberatung auch mal vorbereiten, kann schon mal vorab ein bisschen ermitteln und mit den Engeln schon mal das eine oder andere Channeling durchführen, damit wir es leichter haben, in das Gespräch reinzukommen. Das ist der große Vorteil einer Terminberatung. Ganz, ganz toll. Auch dazu die Links findest du hier auf der Homepage. Weg Nummer 3, die Videoberatung. Sehr, sehr persönlich im Live-Video. Das heißt, wir sehen uns während der Beratung, schauen uns in die Augen, wir können uns sehen, wir können uns greifen. Auch da findest du den Link natürlich im Beschreibungstext. Auch ganz, ganz klasse. Ich liebe diese Videoberatung, weil wir uns Face-to-Face direkt sehen können. Da komme ich gleich zur persönlichen Beratung. Die persönliche Beratung oder auch Doppelberatung führe ich gemeinsam mit Nadja Hafendörfer in Bretten durch. Wir haben da regelmäßig Termine. Termine findet ihr dann auch immer auf der Homepage im Beschreibungslink, über den Weg sozusagen. Dort könnt ihr buchen, bezahlen könnt ihr dann vor Ort, aber buchen immer über die Homepage. Bucht euren Termin, tragt euren Termin ein, den ihr dann haben wollt. Einer der Termine, der dort frei ist, wird sicherlich euch gefallen, sag ich mal, sodass ihr dann nach Bretten kommen könnt in die Praxis. Und der letzte Weg, der anonyme Weg, den finde ich auch noch sehr, sehr wichtig. Für 2,99 Euro pro Minute aus allen deutschen Netzen erreichst du mich anonym und auch jederzeit. Eben, wie gesagt, von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr bin ich jeden Tag erreichbar. Wenn dort die Mailbox anspringt, dann bin ich gerade in einer Beratung, dann solltest du den Weg einfach später nochmal nutzen oder einfach zum Termin übergehen. Das ist natürlich auch immer möglich, einen Termin buchen oder bei Expert Bill dich in die Warteschleife setzen. Die Rufnummer für die anonyme Beratung ist die 0,900 377 8875. 0,900 377 8875. 2,99 Euro pro Minute aus allen deutschen Netzen. Das heißt, ob es auf Mobilfunknetz oder Festnetz ist, egal. Über die 0,900 erreichst du mich halt nur aus Deutschland. Allerdings kannst du mich natürlich weltweit erreichen über meine Homepage, nämlich die Videoberatung, die Telefonberatung kannst du weltweit bekommen und natürlich auch dein Gratisgespräch bei Expert Bill. Also das ist mein Angebot für dich. Dazu kommt, ich biete natürlich auch ganz viele tolle Seminare an. Auch das möchte ich nochmal gerade erklären. Am 29.29.2018 findet die nächste gemeinsame Friedensmeditation statt. Diese ist kostenlos. Auch dazu findest du den Link im Beschreibungstext. Diese ist vollkommen kostenfrei für dich. verfügbar kannst du nutzen und kannst zur Friedensmeditation kommen. Einfach dabei sein, dich anmelden. Online, im Online-Seminar. Dann haben wir vom 30.11. bis 2.12.2018 bin ich live in Düsseldorf mit der großartigen, wundervollen Linda Giese, die als mein Gast bei diesem Seminar dabei sein wird. Auch ganz, ganz toll. Die wird dabei sein. Die wird uns begleiten in diesen wundervollen Tagen mit drei Tagen live in Düsseldorf. 599 Euro ist der Preis für dieses dreitägige Intensiv-Seminar die Engel der neuen Zeit. Heiler Ausbildung mit Zertifikat und als Gast ist Linda Giese auch noch mit dabei. Auch dazu der Link im Beschreibungstext. Das nächste Video, äh, das nächste Seminar dann nach diesem Seminar findet in Berlin statt. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Die Ausbildung zum Atlantis Heiler. 31. Mai 2019 bis 2. Juni 2019 hat diese Ausbildung Premiere in Berlin. Zu einem Wahnsinns-Sonderpreis. Bis zum Ende des Jahres habe ich einen Frühbuch-Rabatt von 399,99 statt 999,99. Also dabei sein, Frühbucher-Rabatt nutzen. Unbedingt. Es gibt die Möglichkeit zu einer sogenannten Seminar-Rücktrittsversicherung. Den Link dazu findet ihr in meinen Seminarbeschreibungen. Und alle Links zu dem Video heute findet ihr ohnehin hier unten in der Beschreibung. Alles, was ich euch heute so erklärt habe, auch zu meiner Beratung. Wie gesagt, bei mir könnt ihr, was ihr bei mir willkommen kommt, nochmal zum Abschluss. Ich bin Engel-Medium. Ich bin Hellseher von Geburt an. Habe großartige Ausbildungen gemacht, um meine Fähigkeiten noch weiter für euch auszubauen. Und bin unheimlich gerne für euch da. Ich liebe es, mit den Engeln zu arbeiten. Ich biete Zukunftsdeutung an. Ich schaue in eure Zukunft. Ich gucke mir das mit den Engeln, mit Jesus, mit den Energien der himmlischen Helfer an. Warten, was ist in der Zukunft möglich? Was könnt ihr erreichen? Was sind eure Ziele? Ob Beruf, Finanzen, Gesundheit. Egal, welche Themen ihr auch immer habt. Spirituelle Entwicklung oder, oder, oder. Eure Themen sind alle herzlich willkommen in meiner Beratung. Auch Jenseitskontakte biete ich an. Auch das liebe ich sehr. Ich liebe es so sehr, zu vermitteln zwischen dem lieben Verstorbenen auf der anderen Seite und euch auf dieser Seite. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Grundthema, diese Jenseitskontakte. Ganz wichtig für viele Menschen etwas Großartiges. Blockadenlösungen in jedem Lebensbereich. Wenn du irgendwo das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, können wir auch sehr gerne die Blockadenauflösung, eventuelle Karmaauflösung und so weiter. Reinkarnationstherapie, auch dazu setze ich den Link noch hier in das Video, biete ich gemeinsam mit nach der Hafendürfe bei der Videokonferenz oder live bei uns in Brettenstadt, in der Praxis. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen wundervollen Tag. Ich freue mich, dass du dieses Video mit angeschaut hast und ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, abonniere Engel TV und gib mir einen Daumen hoch. Ich freue mich, Licht und Liebe und bis bald. Euer und dein Udo Golfmann. Tschüss.